Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Ingolstadt und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization 5 in der Gods & Kings Expansion. Wir sind Österreich, angeführt von Maria Theresia, wir haben die Spezialfähigkeit, ach genau, Verzeihung, weil wir so unglaublich glücklich sind mit 2 plus 22, ach wegen dem ganzen, da muss ich mir jetzt mal selbst auf die Schulter klopfen. Ja, in der letzten Runde, also in der letzten Folge haben wir ja noch 724 Kupfer ausgegeben, um dann Zürich glücklich zu machen, um dann noch mit ein bisschen Geld mehr eben die Baumwolle zu bekommen und das Porzellan dazu, weil die sind ja kaufmännisch und da gibt es dann eben Porzellan, das ist ein Luxusgut, das man nur von den kaufmännischen Stadtstaaten bekommen kann, Pferde außerdem, brauchen wir aber gar nicht. Ähm, Quests, sie soll, wir wollen, das ist immer ein Naturwunder, da haben wir gerade eine Trierre fortgeschickt. So, diplomatische Ehe, das ist nämlich unsere Spezialfähigkeit, eine unserer Spezialfähigkeit. Ihr könnt 500 ausgeben, um euch diese Stadt durch eine diplomatische Ehe anzueignen und sie und alle ihre Einheiten so zu einem Teil eures Reichs zu machen. Dies verursacht nicht die diplomatischen Nachteile oder die Zufriedenheitseinbußen, die eine Eroberung des Stadtstaats verursachen würde. Der Bonus und die UN-Stimme, die ihr durch die Freundschaft mit diesem Stadtstaat erhaltet, gehen damit jedoch verloren. So sieht's aus. Das bedeutet, die diplomatische Ehe würde nur was bringen, wenn man eh vorhat, den Stadtstaat einzunehmen. Ähm, das sollte man aber dann machen, bevor man in den Krieg mit ihm geht, denn man muss mit dem Stadtstaat verbündet sein, um sich dort einzuheiraten. Aber daran haben wir gar kein Interesse, weil wir dann nämlich das Porzellan verlieren würden. Weil das eine der Spezialfähigkeiten von dem Stadtstaat ist. Hm, deswegen lassen wir das. Ähm, wie vom Genua erbeten, haben wir die Ressource Baumwolle mit dabei. Die haben auch Porzellan, aber sie haben Wein. Und jetzt sind wir Freunde, das heißt mit 500 Gold sollten wir verbündet werden. Genau. Ähm, ja. Venedig fehlt noch im bunten Reigen der Stadtstaaten. Ähm, wir sind mit zwei nur verbündet. Genua, Zürich. War Laventa nicht auch irgendwie? Ne, ihr solltet einen großen Ingenieur ausbilden. Pelze, Pelze wären schön. Wir haben ja nicht keine Pelze. Großen Ingenieur. Ja, sobald wir noch neun Runden, wir haben nur 13 Runden, ähm, die Unabhängigkeit haben, werden wir ja sowieso zum großen Ingenieur uns nehmen, äh, für uns, uns für einen großen Ingenieur entscheiden. Wir bekommen eine große Persönlichkeit nach unserer Wahl. Und dann nehme ich immer gerne die großen Ingenieure, um dann ein Weltwunder bauen zu können. Was ist bauen zu können? Einfach, äh, zu triggern. Triggern. Ach ja, genau. Das ganze Ding habe ich ja eigentlich nur gemacht, weil ich Eisen brauchte. Das ist der nächste Vorteil, um hier die ganzen Krieger zu Schwertkämpfern abzutaten. Tadang. Du bekommst noch keine Promotion. Du gehst hier hoch. Machst du ein Automaten? Nee, aber hier können wir auf jeden Fall plus 1 Nahrung, das ist ja... Nicht verkehrt, Kompositbogenschütze, ja, an die Front mit dir. Wann ist eigentlich hier, äh, wann kommen die Brücken endlich? Mhm. Ah ja, Maschinenbau. Äh, ja, aber erstmal die Handelsposten, genau, die uns dann zu sehr großem Reichtum führen werden. Okay, du kannst nicht hier, dann gehst du eins nach vorne. Und schießt hier so schräg rüber. Du, äh, gibst ihm hier den Rest. Hoffe ich doch, ja. Du greifst ihn an. Jetzt ist das Ding, du gehst hier nicht vor. Aber, mhm, du würdest nicht gewinnen, bist du in ihm angreifbar und von Paris, wer weiß, ob in Paris nicht noch eine Fernkampfwaffeneinheit steht. Das lassen wir mal. Ähm. Du wolltest das Bild machen. Ähm. Och, geh mal automatisch erkunden und hoffe einfach drauf, dass wir da noch Naturwunde entdecken. Hach. Wie machen wir das jetzt? Ich würde vorschlagen, dass du eins zurückgehst und wir dich hier vor. Sollen sie ruhig probieren, hier die Katapulte auf dem Hügel einzunehmen. Viel Glück dabei. Wenn du hier stehst, deckst du unsere komplette Armee ab. Das ist sehr nice. Äh, heilen. Ich will nämlich mit den Schwertkämpfern nach vorne. Das dauert ja noch ein paar Runden, bis sie dann sich vor die Armee gestellt haben. Und dann vor mit den Schwertkämpfern Paris angreifen und mit dem Katapult die Stadtverteidigung kaputt schlagen. Was kannst du machen? Du kannst nicht mal demnächst dann mal... Haben wir jetzt überall schon... Ne. Och, mach doch mal die Schafe hier, klar. Kann ja nicht schaden. Wobei ich darauf achten muss, dass die Städte nicht zu groß werden. Also 5 ist schon so... Eigentlich... Ist eigentlich schon genug. Huch. Uh. Jetzt bin ich aber in Lyon reingetappt. Da stellt sich die Frage, ob wir Lyon nicht irgendwie zuerst... Wenn wir ja alle einen Schritt zur Seite gehen... Können wir Lyon kurz einnehmen und sind von denen nicht mehr angreifbar, wenn wir dann auf Paris zu... ...stürmen. Äh, nächste Runde vielleicht. Okay, für euch gibt es nichts zu tun. Ah doch, du kannst hier drüben angreifen. Okay. Ah. Ah. Oh, ich merke schon, dass meine Stimme wieder weg geht. Ich bin ja im richtigen Leben. Das hier ist nämlich nicht das richtige Leben. Das ist nur eine Illusion. Ähm. Gar nicht so der Typ, der viel redet. Wie soll das Nahrung? Na. Ähm. Ja, deswegen bin ich es überhaupt nicht gewohnt, länger als ein, zwei Stunden am Stück zu reden. Ist auch immer, wenn ich an der Uni, ähm, Referate halten muss, ist mein größtes Problem, gar nicht mal mich da vorne hinzustellen, den Leuten was vom Pferd zu erzählen. Sondern vielmehr, dass meine Stimme nicht versagt, ich nicht ständig irgendwie schlucken muss. Och. Kaum gesagt, ich bin mal, bin ein bisschen leise. Wobei Flüstern ja auch nicht so gut sein soll. Ähm. Mam, 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 mam. Ja, wir nehmen zuerst Lyon ein. Dann Paris. Dann auch Lyon. Okay. Gut. Tü-tü-tü-tü. Dann gehst du hier mit rüber. Und du gehst nächste Runde hier hin. Okay. Venedig hat ohne Zufall, den Krieg erklärt. Das kann mir egal sein, welcher einer kann befördert werden. Ach ja, die neue hier. Der große General ist mir jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist mir das. Was, was greifst du denn jetzt an? Wieso geht jetzt, was? Was ist denn jetzt los? Was war denn das jetzt bitte? Hä? Ist das so ein unsterblicher Ding? Nee, das muss irgendwie einfach nur ein Bug gewesen sein. Ähm. Ja, bleiben wir uns auch so ruhig, außer hier den, den, den. großen Weg anzutreten. Mit euch auch. Ah ja, macht doch hier den Bauernhof fertig. Hier kannst du nicht so richtig angreifen. Oh, 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 oh. Das Katapult gefällt mir gar nicht hier. Hm. Wie weit kommt ihr nach vorne? Gar nicht mal so weit. Der Sperrkämpfer bekommt da noch keine Beförderung. Geben wir uns. Aber mal auf. Aber mal auf. So sieht das noch was aus. Ja, wenn ich jetzt hier die Armee einfach nur verschiebe, brauche ich das jetzt nicht jedes Mal, äh, zu, äh, zu erklären, was ich da jetzt wie mache, weil das müsste ja inzwischen klar sein. Ihr habt ja schon oft genug zugeschaut. Falls es neue Zuschauer gibt, äh, hallo. Ähm, ich empfehle euch, auf jeden Fall, jeden Tag neue Folge hier zu schauen. Aber auch auf meinem Kanal findet ihr zig Let's Plays von, äh, von früher. In Anführungszeichen. Also auch mit anderen Zivilisationen. Was, wieso bin ich mit Venedig im Krieg? Und warum fällt mir das erst so spät auf? Toll, von allen Stadtstaden. Muss ich jetzt mit Venedig im Krieg sein? Okay. Ähm, ja, aber das bedeutet ja nur, dass ich die Fälle hier nicht nutzen kann. Was schon blöd ist. Ähm, wir nehmen diese Vorteilung. Ja, und ich glaube, wir müssen die Stellung hier aufgeben. Ich glaube, wir ziehen dich hier runter. Wir sind noch eine Runde angreifbar. Kannst du überhaupt erleben. Damit wir Platz haben für die Einheiten hier. Die wir wohin schicken. Das Feld hier ist ganz schlimm. Da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als mit einem Schwertkämpfer hier hochzugehen. Hm, ne, mit, mit dir. Du, bah, puh. Warum hat er jetzt nicht eins hoch und eins rüber gehen können? Hat er sich schon bewegt vorher? Du kannst hier aber Leon angreifen. Hm. Ja, du gehst, du trittst den Rückzug an. Ja. Komm, bleib, jetzt ist wieder, was ist denn das? Ist das ein Grafikfehler oder ist das irgendwie seltsam? Ähm. Ach. Na ja, geh halt dahin, dann bist du halt von Paris angreifbar. Aber mir will jetzt auch nichts Besseres ein. Na. Auch was wir mit dir machen, ist irgendwie... Oh, da ist nirgendwo Platz. Lass mich doch mal. Ja. Hm. Hm, 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 hm. Ja, mach mal so. Fertig aus. Ähm. Da haben wir jemanden, der upgegradet werden will. Will er auch. Okay. Okay, äh, Sperrkämpfer... ...macht nichts, diese Runde. Könnt ihr alles nichts rum machen, diese Runde. Dann bauen wir hier eine Kaserne noch. Ihr wachst schon wieder, okay. Gut, dass ich einen billigen Sperrkämpfer hergenommen habe. Der zieht das ganze Feuer auf sich. Lyon ist doch nicht einfach reinzunehmen, wie ich mir das gedacht habe. Schon wieder. Also, hier wird wahrscheinlich ein Sperrkämpfer stehen. Auf diesem Hügel. Aber, ja genau. In Paris kann nämlich nicht gleichzeitig ein Katapult in einem Sperrkämpfer stehen. Deswegen glaube ich mal, dass das alles so gedacht ist. Okay. Der Sperrkämpfer hat es überlebt. Hm. Ist gut für ihn. Äh, ich weiß mal nicht, ob er ihn deswegen etwas prägen wird. Du entziehst dich im Einflussbereich der Stadtbombardierung. Oh. Wo kommt die denn her? Ei, 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 ei. Mh, Sperrfeuer. Ähm, kauf ganz geschwind einen Schwertkämpfer. Ne, einen Kompostitbogenschütze. Ich glaube, Schwertkämpfer. Da hatte ich keine Acht drauf. Kann mal passieren. Hm. So, jetzt ist die Frage. Du bist tot. Und da gibt es auch nichts. So, warte. Wir können dich retten. Das war so. Ne, jetzt hast du doch. Oh, naja. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Ach, die große Mauer. Jetzt sehe ich sie auch. Da habe ich mich doch eben gefragt, warum das hier so lange dauert. La Grande Mauer. Oh, das. Hm. Ne, ich glaube, dann gehe ich direkt auf Paris. Da ist Paris echt leichter einzunehmen. Als Lyon. Weil ich kann Paris umstellen. Und die ganzen Katapulte hier sind ja auch. Nicht ohne. Dann machen wir Paris direkt. Kommando zurück. Das, da reibe ich mich zu sehr auf. Das werde ich nicht gewinnen können. Ich hoffe mal, dass ihr beiden halt die nächste Runde überlebt. Wenn nicht, war schön, euch getrennt zu haben. Ich, äh, lasse euch meine große General hier, um... Ein bisschen, äh... Kampfstärke zu gewinnen. Ähm. Hier rüber. Ja. Ja. Schon hier hinten, ja. Um befördert zu werden, da nehmen wir natürlich dich hier. Bulli zum wählen. In Salzburg hätten wir gerne... Noch eine Triere. Das Ding ist ja, dass die später keine Ozeane überqueren können. Aber es sieht so süß aus. Hier gibt es ja noch ganz vieles zu entdecken. Ja, machen wir noch eine Triere. Nächste Runde. Oh, äh... Oh, äh... Oh, äh... Minus 36. Minus 35. Minus... 26. Und der... Hundesichtbach, an den ich ja nie dran denke. Da... Tö-dö. Okay. Wir haben einen Katapult verloren. Das ist, äh... Erträglich. Da... Die Verluste halten zwischen Grenzen. Wir werden das Spiel... Das Spiel war gut, wenn wir das jetzt hier gewinnen könnten mit diesem Angriff. Ne, wir werden den Krieg gegen Napoleon gewinnen, denke ich mal. Dazu ziehen wir euch alle schön zurück. So, dass jeder auch weit genug von etwaigen Unruhestiftern entfernt ist. Alle im Gänsemarsch. Eins rüber. Wunderbar. Und dann heilt wer kann. Offenes Gelände, weil ja... Ja, offenes Gelände ist. Wenn wir nur einen vorschicken, dann kriegt der alles ab. Das wollen wir nicht. Du heilst auch. Du kommst von der Flanke. Jetzt kommentiere ich ja trotzdem hier die ganzen Truppenbewegungen. Naja. Was brauche ich? Ich brauche hier auf jeden Fall eine Straße nach Paris, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und schon wieder vergessen. Oh. Minus 27 nur. Da hätte ich ein bisschen mehr sein können. Yeah. Dass ich auch mal hier eine Punktlandung schaffe, ist auch schön. Was ist mit dir? Ja. Direkt angreifen. Ich wüsste nicht, was das Gegenspeicher ist. Und... Ja. Haben wir gewonnen. Gut. Wie, was, wo? Ja, dich haben wir verloren. Das ist klar. Weil Frankreich ist mit Venedig verbündet. Tatsächlich. Nicht mehr. Können wir jetzt Frieden schließen? Was? Hm. Ah ja, doch. Ja. Monde Zuma hat Frieden mit Napoleon geschlossen. Mit den Koreanern haben wir schon eine lange gute Beziehung gepflegt. Ha! Gold, Gold pro Runde und... Nee. Ist nicht... Nee. Hm. Lass mich... Okay. Dafür spreche mir bekommen Gold. Und stehen vor der Welt, glaube ich, gut da. Als... Friedensstifter. Oder? Ja. Dagegen... Gegen Frieden spricht, dass wir unsere komplette Armee jetzt praktisch vor Paris schon positioniert haben. Und... Wenn wir jetzt Frieden schließen, dann die ganze Armee wieder zurück nach Peking. Nehmen wir erst Paris ein. Konsolidieren uns. Jetzt stehen wir eh schon mal dort. Das dauert das sonst ewig. Wer weiß, wann wir nochmal die Gelegenheit haben. Weil unsere Waffentechnologie jetzt auch momentan so einigermaßen ausgeglichen ist. Äh. Ablehnen. Wer weiß, wann wir dazu nochmal kommen. Ich empfehle euch keine... Ja, ich weiß. Wir sind einfach... Mein Gott. Kommt doch auch mal miteinander klar. Können wir... Weißt du, wenn wir uns alle mal zusammen einen Tisch setzen würden. Test und Tee trinken. Dann würden wir uns alle super verstehen, glaube ich. Wir sind da schon auf derselben Seite. Ähm... 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 Können wir uns mal hier hinschicken. Apropos Gold. Da müssen wir dann so viel davon haben, dass wir es tauschen können gegen... Gold. Haha. Ähm... Bin ich niesen? Will ich denen Gold geben? Ähm... Ach. Wir haben selbstfälliges. Okay. Äh... Die Koreaner. Die Koreaner sind doch wie immer sowas... Uh. Haha. Wo habt ihr das ganze Geld her? Ihr Schlawiner, ihr. Okay. Wollt kein Gold. Gut. Äh... Napoleon brauch ich jetzt nicht fragen. Der hat andere Probleme. Nämlich überleben. Weil meine Truppen vor seiner Stadt stehen. Haha. Ja. Und sonst... Wer hätte mir nichts anderes mit dem Gold machen könnten. Außer... Mich fürs Zuschauen zu bedanken. Und mich darauf freuen. Euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.